eben auf jeden fall noch mal den buschmann fertig gemacht lief ich habe keine sniper hallo ist er bisher braucht keine sniper du kommst doch eine kostenlos nur aber das ist ja eine noob sniper alter ich habe zwar eine die macht 350 schaden aber die schießt bloß aber vor zu lang ich habe auch ich benutze auch nur eine one shot sniper keine automatik du benutzt automatik ich ne wie ich ja okay ich hab schon gedacht da hast du glück gehabt du aber dort werden die automatik ich hab keine automatik ja du hast die ganze zeit nur jeden schuss in der randberg geklatscht ich hab die tech es ist das was die tech ist alter auch ich kann nicht nachteile die reden auch alle irgendwie von irgendwelchen namen ja welche waffen nur zu hüten 7 ich denke mir so habt ihr da hat irgendwie ein anfang oder so ist denn die wichtigsten mir bekannten kenne ich die anderen sind als scheiß waffen können ich kenne meine an die bächer ja die bächer hoch also ich finde ich habe dass wenn es die wörter wo geht musste die mal dir für einen tag für für kronen sollen dann siehst du ja muss man das dauert da eigentlich was kommt ganz leider zu wissen alter wir haben nur sniper ich habe die zeit hat man ja was so ein bad habe ich das ist so ein gescheiß jetzt ja es wird richtig das wird eingekämpfe und pistole auch lösen einfach ich hätte dazu gedacht wegen dir sohne aber wenn du nicht willst oder kommt kannst du dass du mir zu wirksersten werden wir denn jetzt geklaut nein ich habe ich habe dir den geklaut das auch noch quick scope alter meine zählt nicht mehr meine so eine scheiße durch die beine leck mich also ja also so ein punktyp ja jetzt ist er tot mich hat er nicht geärgert ne egal ach man ich werde nachschauen alter quickscope ist ja mega bist du ein hardscope alter ja das ist voll geil ne das ist ja geil alter geh mal weg das ist mein spot hau ab nico dann gehe ich halt auf die andere seite der ist aber immer so ein lampensniper spice girls mich hat spice girls gefällt geht auf nahe kam kriegt er noch kurz hin ich mache jetzt ein ausgabe pass auf das ist immer die granate da jetzt noch mal ausgabe pass auf als kann ich mich ja gar nicht selber heilen wie werde ich jetzt geheilt ich habe hier keine kriegsheimrüstung nicht schon dass keine krieg da muss ich mir die haben überall da muss ich mir die ja mal da war ich selber spiele singt habe ich das noch nie als wichtig empfunden mir die zu holen ja du machst dir keine chance ich habe einen genuss scoped ich würde gerne meinen auf reichweite einen ausgaben ne so ja ich habe einen eben auf reichweite ich habe einfach gezogen ja 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 also könnt ihr den mal killen junge ich weiß nicht wohin kommt von überall so meine granate mordern ja allerdings wenn du egal ich will keine tipps geben nicht dass du besser als ich bist kannst du mal tipps geben als da wenn du schaust abo duckst du dich wenn du geschossen hast du dich also legst dich einfach auf wohnen nein kollektiker ja das kann es halt nur machen wenn du das auf r3 hat ja ich habe ihn doch bekommen und jahren sagen wir machen aus 14 ich glaube ich könnte ich gewinnen er ist ja nicht hinter uns alter alle weg ich spiele nie sind ja ich habe doch gesagt secondaries auch wenn du willst auch sagen das kann mich nicht halten dass du darfst mich so am meisten ich habe den jetzt ins gesicht und noch einer ja ich kann mich gar nicht heilen das ist scheiße ach echt auch alter ja hauptsache sanines medic dann ja war dann das kann das kann ich überhaupt nicht mehr kannst du nicht medic was kann ich aus gegen mich mit der snipe da habe ich auch nicht ich meine die die typen die mich challengen immer nein der typ hat mich überholt wie jetzt haben die typen auch auf auch dicker weil das 6 12 wegen dieser scheiß challenge ich werde einfach mal gestern hat er setzt sich einfach hier hinten ins eck nico mit mir und dann läuft das weiß ich bin direkt neben mir mache ich auch die ganze zeit und und wieder dann weg aber wir verlieren ja hier ist auch so lange das nachladen da kommt der nächsten bin steht auch eine andere snipe ich nehme jetzt direkt in deutsch will sich gegen die verlieren achten mit unserem team jetzt sowieso hier habe ich den bitteschön gesteilt alter steel kill level 9000 ich bin besser mit der snipe als mit sonst was das ist irgendwie ein bisschen aber du kannst dann nehmen wir erst ein weg ich habe das schon ja jetzt hat mich noch eingeben dann bin ich wieder drin dann so ist es nicht noch auch dicker hitmarker leck mich ich habe gar kein leben kann ich wollen die schussbahn alter brechen geht nach hinten ab alter ja jetzt wenn du jetzt wenn du jetzt wechselst verlierst du mehr zeit wo du kills machen kannst sag ich ganz ehrlich holt ihn holt ihn teammates was könnt ihr alle jetzt bitte ins eck hinten ich habe jetzt schon drei drei küsse holten mit meiner tabu in der zeit hätte ich keine vier küsse holt mit der snipe dann zeigt man es ist der fünfte kül 2 kommen rechts oh gott komm anstrengen wir haben noch eine minute ja das schaffen wir noch ne ich mache nicht mehr die brauchen noch 6 kills ach stimmt 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 du kannst zwei einladen ja aber du kannst wenn du nur einen einlädst dann kann man mehrere nacht schon wenn du beide einlädst kann niemand nacht schon jetzt nico ein und dann startest du und ich und da aber ich bin ja schon dran ich habe jeden zeiten schuss getroffen aber ich war bei 8 20 habe ich traur genommen bin ich auf 13 20 hoch beziehungsweise bei 8 18 das sind fünf kills die abschinder gemacht so jetzt sagen wir müssen ja gar nicht raus jetzt du kannst du kannst uns jetzt erst du kannst nacht schon das ist platzfrei drei plätze sind rein einer muss rausgehen schnell was benutze ich denn findet man kann ich habe keine ahnung einer von euch muss kurz raus und wieder reingehen bei uns kommen ja ich gehe kurz raus nein nico entscheiden jetzt nach ich habe keine ahnung das ist aber ich weiß noch nicht welche war ich spielen kann man ist hier immer noch du kannst der zeit niemanden folgen der gewöhne mich abholen ich habe gar keinen bock jetzt bin ich ganz ehrlich ich hatte kein bock auf sniper so ist das leben das leben müssen schlagen nein ich beobachte das ich werde ich werde mit dir dass nico der erste ist der gleich war ja wahrscheinlich ich kenne den doch die mädels scheiß mit pappern ich bin ich ganz ehrlich sowieso ist aber auf der nähe musst du bis vorne und dann bumm tot nee aber es gibt halt einfach nur lange strecken ja aber nicht dort hier in der mitte wo du so bis an der ecke und in der mitte gehe ich ganz sicher nicht mit der punk an ja hinten brauchst du und die stehen snipen mit der pumpe das ist auch schwachsinn das ist super super idee macht man hier drauf nix nico auf uns getümmelt gehst du vor dann kannst du den ersten schuss abfangen sehr schön aua zu tot nico ich habe erst ein kümmer freund und da wollte ich einen zweiten machen da war ich jetzt ein bisschen überfordert da war uns wer die ich hätte töten können auch scheiße ich hätte auch einen direkt töten können aber das war dumm habe ich scheiße dumm geholt auch dort liegt einer alter ist das sinnlos also das tue ich nicht mehr voran ja jetzt weiß ich kann ja ja ich bin ich weiß auch schon wie es sind überall sniper habe ich keine keine volle dings rüstung was kriegsam monaten ja haben kann und tun ja nico gehen wir brauchen gute idee ja ich habe ein alter du willst noch ein also sechs so ich habe schon 44 triple kill alter wer will mich aufhalten ok 7 3 hat es schlecht wenn du rutscht weil dann können die gar nichts machen ich war um die ich war ganz sicher um der ich würde schon gerne so noch mit so auf range kann man nichts gegen die machen aber egal denke ich auch egal kann alle daraus zu nehmen für die range stimmt du als sie also mit einem schuss ich habe es gesehen ich habe gerade auf den weg zu den zu zu leiden und das immer können hier ist doch kein kollektor aus und kack was doch kein cool hat hauptsache der holt mich durch die box dicker das macht so keinen singen dieses game und nico ist das steht und da steht ein meter vor mir ist das läuft immer noch 90 schaden prozent wie auch immer ich hatte gerade eine flash geworfen auf immer kommt der gegner die nächste runde startet ja die kommen halt nicht aus ihrem sport raus was bringt ich da rein zu gehen ja die runde stoppen mit es einfach dann müssen wir mal alle immer weg geholt nein hat mich und ja mein games krist gegner ist auch okay doch nicht mehr ich lege mal noch in derselben stelle perfekt aniko und wenn du haben kann schützt bevor du schießt ziel noch mal so kurz rein also schießen bevor du schießt schnell noch so ein bisschen an wie sehen nein man ist das leiden ich habe mich immer bloß sinnlos hin das wird ja gehen auf den sack ja scheiße scheiße diese tricks kämpfer alter ohne witz am sport nur mit der snive am sport ja da kannst du nichts machen ich will gerne mit der pistole spielen kann ich aber das ist das auto eben ist auch sägen und fluch du wirst auf er entzündet er machen immer quer und du ziehst auf den typen ja der liegt auf dem boden nico stimmt so tot ich habe jetzt bist aber tot warum du hast mich schießen noch scheiße jetzt bin ich tot ich bin selber tot egal da habe ich die einmal durch den spawnen gegangen bin fünf könnt ihr den mal weg holen den nico langsam nach scheiße jetzt habe ich den schönen geholt also du saugst die jetzner ist neu also alter schirmvirus den kenne ich du wirst doch mal was machen dass du liegst dort weißt du das tut mir jetzt aber schon ein bisschen auch das ist auf die distanz ist das scheiße hier die war auch dicker jetzt war das ein kollekt das finde ich auch 31er dieser set freeway kinder weil noch die genossleine da ja genau so wie hart hat das da auch in der party ist mir egal natürlich vorbei man nico das ist echt schwach ohne witz was fundiert die leistung das ist aber auch für dich wirklich eine leistung da muss ich auch mit dem kleinen sachen zufrieden geben hier lege ich mich wieder schön hin ich wollte aber noch mal auf nico scheiße dass sie nicht so schnell schießt ich habe mich auf dich verlassen wirst du auf einmal strebe ich mich das problem ist wenn ich einmal schieße bleibe ich noch so anvisiert dann kann ich mich nicht so schnell bewegen das ist also ziel stimmt ich habe ja noch granaten schlag da das schluss jetzt mal wieder anfangen ich habe mich zu lange ausgeruht auf meinen bockern du sollst die ganze zeit richtig spielen und nicht da so hinten rum pimmeln alter man smoke hier einfach die ganze zeit alles meins meins mancher fragt mich irgendwie viel munition die in der waffen haben wie lange manche mit die waffen schießen als wenig kommen ich will noch ans plus sein das sind politischen schießen auf sich gegenseitig toll ich weiß also das ist nicht wirklich eine herausforderung ganz komische waffen spielen eigentlich müsste man nur die gleiche waffe spielen aber ja dann lass wir gucken ich muss mir erstmal kriegsherrn rüstung jetzt noch für ein dings kaufen also ich gehe jetzt mal kurz raus achte eine pfung jetzt gemacht das ist genau jetzt schaust dann bist du da das spiel mit den leute für eine waffe ich muss ja was für rüstung kaufen überall kriegsherrn so viel kohle ich habe 19.000 sollte reichen also kriegsherrn ich habe bock auf diese beim sanitäter was kriegsherrn rüstung gibt es gar nicht für handschuhe da gibt es kriegsherrn handschuhe ach so dann sind die glaube ich auch für alle stimmt dass handschuhe sind ja natürlich keine ahnung was kann man denn spielen stiefel sind die auch für alle ja 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 okay gut dann bin ich jetzt komplett kriegsherrn mäßig eingekleidet was spielen wir ich habe mal die fnp 90 beim ingi fnp 90 ach ja kenne ich kennt ihr diesen ingenieur also den einen aus exotik der todet ich bin gerade gegen legion schlesium oder wenigstens xp 90 fnp 90 im shop oder was eigentlich im shop die solltest du haben ach soo das will ich nicht habe ich die als ingi mp 90 fm fm ne doch fnp 90 neste Die hatte ich bloß, die gibt es bloß als Dingsbumsen hier, muss man sich glaube kaufen Die bekommt man, okay egal, was spiegeln wir? Mir egal Was? Was? Mir egal Was sind das für einstellen, Alter? Mir egal Wollen wir eine Röse kaufen? Mir egal Ich, ich lass mal beim Schützen die Farmers spielen Werde mit der Farmers? Hast du die gekauft? Mhm Okay Okay Farmers Hast du die auch? Ach die Farmers ist sogar ausgerüstet, ne ich will den hier in Dingsbumsen Dingsbumsen hast du die Farmers Ja ne weißt echt nicht wer gemeint ist, ne Da findest Ja Das ist Irgendwann ist echt so verplant, Junge Wir spüren die Farmers Also bei Schütze Ne, bei Sniper Alter So verplant, Junge Muss ich sie erst mal kaufen Was ist die noch 2K? Ja Mach ich schon Ich hab 3100k Da kann man die sich dauerhaft kaufen? Ja Für Die kaufe ich mir ganz sicher nicht, Alter Ja Denkst du ich schwimmen kann oder was? Ja, ich hab die Magpul Beste Wasser für ihn zu Ja, die gibt's ja aber nicht zu kaufen Die wollte ich ja schon seit Monaten Boah, hab ich auch schon sehr laut Na klar gibt's die zu kaufen, was du hast Ne Na klar, 25€ kostet die Achso, ja Ja, aber das will ich ja nicht Ja, ich hab 15€ für die bezahlt Rückbereit Niko Ach du sollst bereit, Rücken Du bist zu spät So, jetzt lass mich mal hier ausrüsten Ich werd so gewinnen Du bist so verlieren, mein Freund Ich hab die noch Ne, nicht auf der Maps Alter Was sind das Die zeigen sehr geil Egal, ich stehe 35 in diesem Match Fuß Hier ist der Mattfuß Alter Die Mattfuß Die Mattfuß Oh, der hat ja noch keiner Komm noch ein Ach ne, jetzt hier Leute noch Ups Hier gegen ein Hey Dennis, 29 Na komm, wir machen mal Phil Hast du gerade in meinem Team? Wo bist denn du? Hast du ja im Gegner-Team Super Ja, das switcht aber gleich rum Ja, das haben wir auch immer mal gedacht Das muss nicht nur sein Manchmal bleibt das so Doch, ist aber so Das ist jetzt so Das ist jetzt so Aber jetzt ist es so Niko Ja? Die Zeit Dass du mich irgendwann mal holst Ist jetzt gekommen Ist 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 Dann Wenn ich das Spiel nicht mehr spiele So Na Na Manche Träume Bleiben mein Traum Gehen in Erfüllung Genau Manche Und Der Du siehst du Ja Gehen wir zu dir mein Freund Naja Hast du für Gegner die? Ach ne, du bist bei mir Ja, ja, ist okay Digga direkt oben Sniper Also ich bin noch nicht gestorben Aber es geht ja um Kills Man kann sich das auch schön reden, ne? Mhm Natürlich Was denkst du was ich mache? Ja Let's go Jetzt sind der King Alter Double Kill Kmet hat mir auch so'n Arsch gerettet Man kann sich ja gar nicht heilen, das ist gar nicht gut Ich kann mich heilen Du kannst dich doch nicht heilen, Alter Boah, kannst du dich heilen? Alter, das kannst du so vergessen, dass du dich heilen kannst Ich hab die Rüstung Ja 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 gut, die hab ich auch Absoluter Hacker, Alter Och, Alter, ernsthaft? Du, Asi Was? Challenge die Farmas, Digga Irgendeiner hat in den Arsch gerettet Das ist so ein Schwachsinnsspiel, eh Ja, echt? Ja, echt war das Ja, ich war das Ich war Ja, du bist drauf gegangen Du Lappen Die sind oben am Fenster The Hitler Let's go Guck mal, da vorne ist Alter, das ist so lächerlich mit diesen scheiß goldenen Pisswaffen, ey Alter, die gab mir da echt oben noch immer rum Ja, ne? Geil Da kommt der auch nicht hin Ja, ich hab mein da Kann man die irgendwie wallbang? Oh oh Leider nicht Ach, Digga, ich hasse C4 Die snipen alle 1, 2, 3, 4 Als hätte ich da ein wallhack, echt Ich stell die ganze Zeit Bin bereit Ich luft los, da schießt Oh, Digga Die haben sogar gewonnen, Digga Die haben sogar gewonnen, Digga Den ganzen klar Und da waren alle randings Ich challenge die gar nicht mehr Ja, die snipen nur Oh, Dark findestes vor mir, was das für ein Busch heißt Kann gar nicht sein Das ist so sinnlos für den Snipern, echt Ja Das ist so lächerlich Die können mich mal, diese Wichser Blöden Ich hol mir den Sniper jetzt Hab ihn Der Pumpgun kommt auf mich zu Triple kill Er will mich aufhalten Hab den Sniper oben Ehre, Digga Ich hab nur meine Einser-Karte gerettet, ey Wer kommt da? Geier Nico Nicht mit mir, Alter Nein, den kannst du von mir aus haben Den auch Den aber nicht Ich hab acht Kills Er will noch was gegen mich machen Darf ich mal reinkommen? Darf ich mal reinkommen? Auch dort liegt einer Ach ne, das leidet Ey, ich sehe Gott, dass ich meine Liste noch habe Ich hab keine Munition mehr gleich Wie geht das jetzt hier? Ja, ey, L1 Wie geht denn das? Dann L1 und dann L1 und dann L2 Sag's ne Sag's ne Ey, wie? Aha Ich glaub ich hab's Niko Ja Arschloch Niko 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 Du bist jetzt geholt Niko Fassernhof 3 2 1 Nein Scheiße, der holt alle Was ist das für ein Scheiß? Baby Ich bin so tot Ach, Clemo ernsthaft Jetzt hält mich eine Clemo off Aber ich bin am Robin vorbei Ehm Ja, was, Justin? Was ist mit deiner KT los, Alter? Wieso? 0,7,7,3 Na? Und? Alter Du warst bei 1 noch was Äh, ne, ich war bei 0,2 Die Farmas ist nicht geil 0,2 warst du? Ja Ich glaub ich spiel Ich werd Main Äh, äh Dingsspieler Main Farmas Spieler Ja Die sind ja mal Hammergeist Die sind genau Wenn du triffst du auch Das ist ein Ame, ne? Ich werd grad sagen, wie braucht du eine 80 Spielstunden, aber du hast so eine Familie Stimmt, da war ja was Ja Ja Ich kann nix gegen mich machen Ich hab 14 Kills am Stück Ich hab jetzt meine 220 Stunden erreicht und 4 Minuten Alter Bei uns in der Base, Harmonila, du Assi Ja, der kann schön Niko weiter töten Hab ich gar nix dagegen Hä, wieso? Ich hab den doch getötet Schlimmer deine Base Scheiße Och, Dick, ich werd von der N8 geholt Oh, das tut mir jetzt aber leid Ja, mir nicht Weil ich hab sowieso kein Leben mehr Niko, guck mal, wer vorne ist Ganz ehrlich Nimm mal lange, mein Freund Nimm mal lange, mein Freund Ah, not, bleib lieber bei NG ist hier besser Ne, krass Ja, ist es auch Durch das Heilen und so Aber boah Die Farmers ließ sich geil Muss schon sein Die knallt ordentlich rein, du Mal gucken, wie du spielst 327 Ah Ne, wie dein Live Team müsste ich da eigentlich auch sehen, oder nicht? Meinen? Oder YouTube? Wisch ne? Ach ja, bei der Playstation, ja eigentlich irgendwo Und nirgends Ich guck grad Hier sind viel zu viele gerade online Also live Warte, ähm, du heißt bestimmt so wie auf PS4, oder? Ne, Starmvergaming Ne, Snackvergaming War ich ja unbenannt, ne? Ne, Snackvergaming Weil ich finde es ja gar nicht Snackvergaming, genau Was ist das eigentlich mit Stampver? Was war das? Ne, wer ist denn das? Hä, Stampvergaming? Machst du nicht mal Stampvergaming? Du bist also Stampvergaming? WTF? Na, okay Bin ich echt bisschen gelähmt Kann gut sein Stammvergaming Stammvergaming Auf wieder hieß es 3MP-up-gaming vorher Genau Was für ein Ding? Semperfee Gaming Yes Semperfee Gaming Wir bleiben bei Snack-MP Ja Nico, ähm, das ist ganz blöd, was du da machst Warum? Ähm, ja du bekommst die ganzen Kills ab Sind ich gut? Oh Gott Alter, ich bekomm Halt die Fresse Und ich bekomm hinten die Dings ab Snake LP Snake LP Aber ich bekomm von hinten die Ja, das geschieht ja recht Ich bin gleich wieder da Orlon, ich hab dich gleich Zusammengeschrieben oder aufeinander? Snake, Snake Und dann LP Also LP extra Ah Achso, okay Sag's doch Mogen die ist hervige P jetzt an Bruder, hier gibt's so viele Oh, ehrlich Ich frag dich mal, wie viele Abonnenten hast du? 8 nach Ungefähr so in der 3er Hm, scheiße, Miko, Alter, was machst du da? Warum bist du hinter mir? Na, hab ich doch grad gesagt Geht überall Rocket Leech und sowas Und GTA Ja, das ist er Äh, ne Ist auch noch nie was du nicht von Rocket Leech Hast du nicht von Rocket Leech Nee Nee Alter, ich bin aus dem Oh, jetzt kacke ich auch grad wieder ganz schön ab, ey Ich hab jetzt schon die zweite Runde hintereinander keinen Kill gemacht Ach hier, Snake, LP, du hast eine Schlange als Hintergrund, oder? Ja, macht Sinn, oder? Als Profilwit Macht eigentlich Sinn, so, oder? Ja, muss nicht sein Manche haben da trotzdem Panda, oder was drin Och Mensch Max Ja Berdient Warum bist du so? Und ich bin jetzt weg Da ist doch nur Spaß Ich weiß, alles gut Ja, die Granate hat geschmeckt, Alter Wie bist du gerade weggeflogen, Alter? Ach, der Niko kann voll rein Bei dem brauchst du nicht anzugucken Aber bei dir mit Facecam, ja? Ach, Alter Auf von wohl, überall Dann siehst du noch nen hüppischen Jungen, nebenbei Press ja gleich Ist da jemand gestorben? Ja Du Assi Ich bin nah ran gekommen, mein Freund Ich glaube es war gut, ja? Ja Am Anfang war ziemlich dominant, aber dann bin ich noch mal gekommen Ja So, welche Waffe jetzt? Warte, müssen wir mal gucken Ingi Ach, Ingi, da haben sie sowieso keine Chance Deswegen ja Warum hab ich ne Warum hab ich ne Ah doch Hm Okay Ähm Wenn wir euch vorschläge Ja, warte, wir müssen uns schicken Eine Kackwaffe Ja, irgendeine Richtig Kackwaffe Irgendeine Spastiwaffe Ey könnte Ja, die allererste Waffe die es gab Revolver Irgendwie Ja, hab ich leider nicht Ne, ich auch nicht Müssen wir mal gucken Ach, ich müsste erstmal auf der Läge Diese Cold Python da, ne Python? In meiner Hose Ja, diese Cold irgendwas Hä, was hast du? Ne, du hast keine Python, du hast Du hast was ganz kleines Und was hast du in deinem Aquarium? Terrarium Terrarium Das ist wahrscheinlich auch was kleines, passt ja Was hast du denn für die Tiere? Hast du eine Spinnung? Hast du eine Spinnung? Ich hab ne Schlange Nein, der hat ne Schlange Lass mal diese M4A1 nehmen Oh ne Das ist ein richtiges Kackding Das ist richtig Kacke M4A1 Hab ich nicht die Waffe Die hat man unendlich Die musst du haben Ich hab sie M4A1 Ne, die hab ich schon gesehen, alter Doch, Sturmgewehr M4A1 Sturmgewehr, ne Sturmgewehr, ne Sturmgewehr, ne Sturmgewehr, ne M4A1 M4A1 Ach, ich musst du ans Inventar gehen In den Shop Ach, ist eigentlich egal Toll Aber du musst uns beiden warten Und willst du mir hart sagen Du bist rausgegangen Ach, hier ist der M4A1 Ne, ich hab ja die Waffe gewechselt Ach, muss man da gar nicht raus? Nein Ach so Jetzt tritt uns direkt bei Auf War schon 11 Uhr Und der Ramon ist online, aber kommt mit Ja Random Ja Der Nutzer wird gefolgt Ach, da bist du du Hase Oh Mann, warum ist der nicht im Gegner-Team? Schade Gibt es nur zwei Maps? Gefühlt ja Entweder die X-Mis Öldepot oder diese X-Mis Halle da Gibt es aber auch eine? Ne, mehr anscheinend gibt es ja irgendwie nicht bei Team Deathmatch Total beschissen Okay Leute Werde bereit? Jo Ach, Digga, das sieht auch Da kann man auch nur so Kack-Aufsätze machen Das ist ja wirklich, das ist ja gar nicht, Alter Und Bündung kannst du gar nicht machen Alter, wie lange musst du auf dem Fallern? Direkt durch die Clay Hätte gerne so ein anderes Visier drauf gehabt Also so ein Ich hab dieses einfaches Mg-Ziel-Fernrohr Sind die überhaupt irgendwie Gegner oder so? Ja, bei uns Ja, Digga Na Ja, ich stehe nur 2 Ah, ich bin jetzt 1-0 Hab 100% mehr als du Nico zum Gegner als du Echt jetzt? Nico zum Gegner? Alter, ne Das sieht nochmal ganz anders jetzt aus Scheiße Das wird geil Darfst du Nico? Oh, Robin Scheiße Oh Richtig Scheiße Jetzt Jetzt sieht das nochmal ganz anders aus Die Situation Scheiße, ey Ja, süß Oh, nee Wer hab ich da geholt? Mich ne Digga, aber du machst auch richtig gut Auge auf mich, Alter Ich lieg hier unten, Nico Oh Ich lieg hier unten, Nico Nein Ich sehe halt nicht Warte mal Ich muss meine Facecam irgendwo anders machen Jetzt habt ihr Zeit Kills zu machen Und links Dann sehe ich aber nicht Was ist unten rechts? Äh, die Munition und dein Leben Oh, nee, oder? Und unten links? Unten links ist nicht weiter, kannst du unten links machen Sicher Ja Ja, da ist das Perfekt Ja, ja, ja Ja, ja, ja Jetzt Ist bereit Zerstört zu werden Nico Ich komme Nee, das war nicht Nico Das war auch nicht Nico Nico Niko hast du in deinem Team, oder? Doch, ich will Niko Habe ich nicht in meinem Team Doch Ach, Nico ham Aber ich will den Ebi Knee Und der Sport Für dich läuft es auch nicht so, ne Nein Für mich Ja es gibt ja nur ein naja das heißt du hast du hast den film als ich ab zweiter zu und dann jetzt die ganze zeit ich ja doch du hast schon zwei kills damit gemacht ich achte darauf freundchen ja das nämlich war ich bin mit schalldämpfer schön dich von hinten holen kann ich dafür kann ich ja nicht dafür kann ich wenn du dort vorkommst koppeln was tut mir leid ich spiele hier ohne visier spielt so ohne visieren sagt das kann ich auch da brauchst du brauchst ja man kann das noch nicht mal drauf machen ja ja natürlich kann man die sehr drauf machen alter nico ja du kennst dich da hinten gut hast du glück wo kämpfst du eigentlich ich hab ich sehe dich ja nicht ich bin gerade ich hab dich so lange nicht mehr gesehen kommst du da oben das ist ein noob alter das kippt mich die ganze zeit da also schlecht kann er nicht sein wenn er dich die ganze zeit holt also die waffel schon echt ziemlich beschissen muss ich schon sagen es sind jetzt so schlecht ich mache 1000 hitmarker okay die ist so gescheiße nico haltefresser ich hab dich jetzt geholt beim robinschatz trennen für mich ja aber hier darf man mit der pistole holen ja weil das ist ja nix sonst weil das habe ich bis nach oben geguckt okay der sniper er ist gut hier 14 4 das ist die sei die waffel ist echt scheiße auch so viele schüsse wie sollen wir denn ein kicken kann man die hier so ausboten oder ist nico wo bist du kommst du meine mittel hier ins robben für mich gegen rolle ich gehe gar nicht mehr lang der sniper die ganze zeit du musst mit der waffe direkt auf kopf ziehen sonst hast du keine chance also ist es genau auf dein kopf also ich kann nur einen kopf treffen du bist ein cheater gerne voll dreckiger cheater da musst du irgendwann einer verlassen oder nicht eigentlich schon der so wie ich spiele ich will das nämlich nico das wäre schon mal ein traum von mir dich mit der kanade zu holen ja ich bin so wie gerade ja da ist der sniper mit dem lebe ich mich gar nicht an den habe ich da geholt ich hasse es ich war die ganze zeit jemanden aber dich nicht ja ich bin so wieg hier oben zwei bei euch kämpfen die ganze zeit da nico bleibt da hey wieso stirbt denn da nicht brauchst du das nee das war das sind so lange und solange mich keiner tötet kann ich nicht auf in die wechseln wenn mich einer tötet wenn ich in die achte du machst unsere challenge kann ich erst mit zu 8 sniper später und ich sag sie gleich mit der knapper bin ich ein guter mann ja ich sag mal wenn du gehen ich bin nico nicht mehr das ist scheiße ist dieser buch ganz hinten nico sollte ich mal holen jetzt wo bist du da kann man ja das ist ja nicht alter und wissen doch ich bin jetzt links außen von dir aus rechts da wo die smoke ist also wenn du spawns rechts außen es kommt der digger jetzt bin ich tot habe ich gehe da noch mal hin wo die smoke war eben gerade robin ich glaube ich gewinne schon wieder die challenge leute ach ne granate ich hab keinen bock mehr auf die challenge ich hab jetzt immerhin als innenstieg stand ich vorher stand ich 6 zu 34 jetzt hab ich immer noch mal auf die challenge alter du bist noch mal gewechselt was bist du für eine pussie alter ist da gewechselt mit dem kann man echt ja ich lass es doch nicht bleiben ich lass doch nicht es beim 6 zu 34 steht aber darf ich mal was ja ich hab ihn jetzt kurz zum schluss getötet sprich als inci hab ich ihn auch getötet wo inci war das ist echt schlecht also robin das stimmt doch gar nie alter ich hab dich mit einem von hinten immer ja der kommt immer von hinten ja ja ich kämpfe bei uns in der base du kommst aus deinem hinterhalt ja ich greife dein teammate an und dann kommst du voneinander so gehen wir raus wir spielen jetzt zum beispiel jetzt auf der lanter ja und ich suche aus was zu spielen ja sehr gut ich wollte kd hatte eine 4kb ach schon auch absolut wollen wir mal nicht gar spielen habe ich nicht dann kaufst du dir hatte ich aber die sache scheiße dies gab Ich komm mit der Gansatz aus Wir benutzen die Ska Ed benutzt die Magpul Nein Ist genauso unfair Lass mal Dealspielen Nein Merch nicht Ähm Altschütze Geht auch drauf Warte, jaht sich jetzt schon alle Klassen außer Indy Na gut Indy so ungefähr Dann das auf Scharfschützengewehr Entweder mit der Altschütze Ne, kein Scharfschütze Wollen wir nicht Ich spiele Ska Und? Was für eine Waffe? Ska spielen wir Habe ich gar nicht Kauft sie dir für 400 Kronen Okay Was die FNs Ja 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 Okay Hier gibt's Lasagne Bei mir Bei mir zu Hause Das heißt, wer isst jetzt erst? Ähm Lässt du ein oder? Ne, du mal ein Ich bin grad unten in der Küche Ja Ja hört man Ja hört man Also ich lade jetzt bloß'n Marlon ein Und ihr tut dazu join Mal Justin Mal Justin Mal Also soll ich jetzt Ach du musst da annehmen Ja Ja Einfach mal auf X drücken Ich bin doch gar nicht mit dem Controller unten Achso ich dachte Ich hab ein virus Neuben Hallo Ja Moin Ja Neuben 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 Junge Ja 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 Hallo Ja Vielleicht hat er sein Headset zu leise Schreib ihm mal Oder tut nur so Hallo Ja Ich hab's gesagt Leute Ich hab's gesagt Der Raum ist voll Ich kann wieder nicht nachzauern Ernsthaft Ja Ja Und Robben Ich hab' nicht mehr der Raum voll ist dann kann er auch nicht nachzauern, oder? Das ist das eigene Lager Du wiesel Mhm War's vier Wir waren auch vier und dann haben wir verloren Ja Wir hatten drei Spiele Ähm Wir mussten von drei Spielen eins gewinnen und haben aber alle drei verloren und so Die haben wir ausgeschlagen Die haben sie ausgeschlagen Und dann haben sie nur scheiße Alter Alter Ist die Dings beschissen Die Farmers Farmers? Die haben wir doch gar nicht Naja Ska Ska Hab's ja gesagt Ich war doch Ich war weg ganz sicher Ich war weg ganz sicher Die Ska ist genauso beschissen wie die eben gerade Ähm Wir spielen wir machen ein paar grad Challenges aber dann können wir ranked spielen wieder Ne Ich bin dann raus Ah Meine 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 Freundin kommt gleich von Arbeit Ich lieb Ich liebe diese Antwort Ich liebe sie Loll Was? Die habe ich bei Dante immer nur gehört Was? Meine Freundin kommt gleich meine Freundin möchte dass ich ausmache Ne Die stört das jetzt nie aber Aber Die würde es jetzt auch nicht tun wenn ich weiter spiele aber Wir müssen morgen früher Zeit raus und Ja ein Fußballturnier wo er noch nicht mal selber mitspielt Aber der Lenny muss zu seinem Wettbewerb Was der Karaoke Ah die rot schon schön rein die Ska ne also Ja Die macht schon schön kaputt Aber auch Fernkampf Digga Das ist echt scheiße Ja na gut mache ich ja gerade hier nicht Ja Ich darf mich einfach ein direkt Acht auf Niko Niko Ich spiele gegen dich Ernsthaft Schon nie wieder Ja Vorerst nicht da oder Nein Guck Alter ich hole die gerade so gut weg Alter sind das Alle headshot Alter die können nix gegen mich machen Wollen wir uns wo treffen 1 gegen 1 New clown Das ist zu geil Check sowieso finden Oh oh Ich weiß wo du bist Ja das bist du Niko Verpiss dich Push mich Push mich Assi Ein Satz mit x Das war aber nix Das war aber nix Gib mir warte Gib mir 6 Sekunden Und dann bin ich dreimal schneller am offen ersten Platz Auch ne Justin ist auch noch gegen mich Ne Ich muss eher ein spielen Niko Weil du bist und Pussy Westen von oben kommt erinnern und du kommst hier Ja Ja Du bist schon ein bisschen mädchenhaft ne Mollen Mhm Aber ihr wart zu zweit Ne Natürlich war der zu zweit Ich war Lena Nein Da war noch dein teammate Der kann von hinten Ja dafür kann ich ja nicht Äh Meister Komm push mich Wo wissen Hat dich sehr glaube ich direkt Ich bin da wo wir eben grad waren Alter Wum ich grad in meine Mate rein Ach ne Magpool digger Hey froh ich hab grad nachgeladen Mhm War ich auch digger Niko Alter Abstand Ich hab nur ne Pistole Ja Ja Ich kann nix machen Na ich glaub du hättest mich schilden können Ganz einfach Mit was ein Mit ner Pistole oder was Mit ner Waffe Du hast ne Skarrrrr Das ist gar nicht Mali Ja Niko Ja Mollen Fuck Ach das warst du du Arsch Du Arsch Ich hab gedacht ich hätte Scheiße Egal Niko Ja mein guter Niko Über dir Oh ne Munition leer Mhmm Scheiße Was sechs Kills hat sich jetzt hintereinander geholt Und dann war Munition leer Rein in die Olga Das sind Hahaha Das ist fies ich mein Der ist nicht fies Ungehobelter Bengel du Ja ich hab nur auf Ebi gewartet Ebi ist aber in deinem Team du Vogel Ja ich hab nur auf Ebi gewartet Dass er wieder vorne ist Mal Glück gehabt Hier hinten wäscht ich neben wer du bist Das kann ich mich nie auf dich konzentrieren Scheiße Trajektor Darf nur das mit dem Mech Alter Hab ich nie hier gemacht jetzt Komm 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 Wo stehen wir unseren Spawn Oh Schädel zur Trümmerer Ne Ich weiß wo du hockst Doch Schädel zur Trümmerer Durchsporn der Wunde Alles klar Wär jetzt schon geil wenn ihr noch ein Blut fetzen würde Ah es wird auch ein knappes match auf jeden Fall Ja ich muss mal mehr Dings werfen Weil die machen das auch die ganze Zeit in die homisch immer wieder Ich werfe keine Granaten Ja aber dieser Drecks Wurzige Bodiger hoch genommen bitch Wurzige 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 ich war so hatte ich gerettet scheiß drecks kotzt mich jetzt schon ein bisschen ärgerlich da du das auch die ganze zeit machst was alles klar wollte ich eigentlich kämpfen aber aber nichts hast du dadurch auch so weg holt beide hol ich habe euch so hoch genug du hast eigentlich schon tot ich habe dann aufgehört weil ich dachte du bist du bist gerade am fein ja und da dachte ich du bist du deswegen habe ich dann nicht mehr geschossen ich habe so wenig leben schon die gegner haben auch gar keine nico du bist in deinem team erster na logisch nico du wurdest gefickt offiziell das war echt böse eben gerade das ist eine geile waffe auf nahkampf alter nein also ich habe jetzt nicht so aber die feds sieht schon ganz schön so ja double kill mit der ich glaube die man ehrlich ist gar nicht in unserem spawn kämpfen wo bist ein morland ja ich muss gerade bis in unseren sport verteidigen ich bin links zu außen von mir ich habe schon wieder die mac pool digger die ganze halle scheinen ich muss nachladen kurz so wo bist du ich habe euch fast alle gerade geholt die holt noch ein aber meine teammates hat maximal scheiße also ich lade nach warum die mädchen bitte naja 44 19 schon das anfang klar ist ja oben nach ne haus haus ich muss einfach er macht sich gilt alter mit einem verdammten dreckskel habt ihr gewonnen ja okay dann lasst ihr spielen wenn ihr das nico geht ja weg ne renkt schaffe ich definitiv eine runde deathmatch krieg ich hin kenne ich jetzt nicht so der last vielleicht auf 4 uhr geht noch scheiße ich hab sich das unter einer ist nicht im plan obwohl eigentlich schon bock drauf weil ich will noch platz 12 in unserem plan werden mit 80.000 aber weniger punkte wenn es klar nicht weil ich einfach ein rüber ich bin ja das ist das ist krass ich weiß seit wann sind wir in dem clan gestern das ist echt krass alter ich bin raus nicht schaffe ich da muss ja morgens ein spiel leiten eine runde los aber jetzt aber jetzt ehrenmann aber jetzt ich bleibe ein ich bin halt rangen fünf wir werden so schützige gegner bekommen problem ist halt ich werde auch sitzen und der problem ist ja wir sind hier beide teams wir brauchen fünf aber das problem wäre dann werden die drüben nur noch zu dritt wenn wir uns ein darüber ziehen naja aber das ist halt besser wenn wir voll sind im scott wenn wir jetzt so spielen aufgeteilt bringt es aber ehrlich gesagt habe ich nicht so richtig bock mit diesem da geht sie go wieder so spielen und ist man nach kinder wir haben wir auch nicht wenn wir ein kleinkinder wer erwartet der party ist freeway killer dann dies aus kaya der party ist ich habe auch genau alles kinder jedenfalls alles zehn jahre ja schon wieder die die haben wir fertig gemacht eben zweimal ja ja der dekotore der dekotore wurde dabei aber auch hat in kassade beim haus das geld ist ja da sie war dabei dass wir also die zwei und definitiv von dabei die zwei unter der belge und der französer der französer am besten fand ich als gäste mit dem samurai mitte gehe ich wechsel auf inchie danke justin der pustig von hinten ja die kommen alle pushen guck mal wie viele golde waffen hier ja goldene mädchen sollte entfällt nur noch drei bleibers ist jetzt kommt eine schweige spiegel nicht liegen oh mein gott ich gehe mittel ich gehe wieder eins ja entschuldigung ja sofort ich habe gerade eine fliege getötet ich wollte der snipet aber wir haben auch keinen sammeln wir haben keinen sammeln stimmt leute ach scheiße ach digga man wir sind hinten an der entspannen alle ja sprichst du eigentlich schade kannst du nichts machen was spielt so eigentlich sagt uns von der wache ist hier die krass super v elite kron sony man ich bin da ja die ist tot alles gut alles gereinigt scheiß bin ich und die medik rotieren also die sind so angefickt einer ist offline gegangen sind voll habe ich einer noch ich würde schon geht schon gegen die zu fünf spielern eigentlich ich will nicht dass sie jetzt nur zu viel sind ich lasse einen wieder mit einem finger hoch und den anderen er hat aufgegeben auf links zu challengen ok auf eins bin ich ich habe ich auch drei leute alter die goldene dings ist so op im nahkampf könnten wir bitte mal die ein berg für uns kannst du im blick machen bin ich so gut das die gamel unter die du musst die bomben schärfen gleich kommst du da da ist irgendwo er wird er ist da unter dir rechts unten rechts unten muss jetzt sein rein da kommt da hast du nicht was zu verlieren schaust denn rechts die magpul was er hat das hat mich ab alter wir kommen safe 1 ja geht einfach auf 1 drauf bitte egal der schluck und schluck und schluck der typ mehr ist gerade ja mehr wiederkommen da war er noch aber bei mir ist einer 1 hp habe ich hinten im tun ist meine könnte aber er könnte eigentlich die fusion wo ist die bombe ja aber ich finde die bombe nicht links in der ecke links alter dies da hinten ich gehe jetzt direkt zu kann man die da hinten hin machen wir sind dran hardcore push wir machen zwei nein wir gehen zwei zwei hoch einer nach links nico kommt zurück von hinten nico hat am nachladen ja ja kannst nichts machen der typ ist ja dann machst du wieder was mitte pusher mitte push witte mitte push sehr schön leute weg 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 noch einer so jahr der akk nachher ist ja noch der recht wo bist du mal ich habe ja alle verrengt wir hätten die gehabt da sein krieger noch gefehlt alles klar okay die dings die mac polis ja wenn die von hinten kommen wir hätten wir auch nichts in der mitte machen können ihr müsst wenn wir den in der mitte gekillt haben müsst ihr sofort rotieren mein platz irgendwo uns eck wir gehen auf 1 wir gehen auf 1 einer bitte hoch einer bitte die mitte bewahren einer rechts jetzt von uns genau perfekt grüß dich eis box im autos hier in der garage ist einer links habe ich noch mal bitte genau dasselbe wieder wie es gemacht hat einer bitte rechts die sind auf 1 egal was das für ein typ wir rotieren wir rotieren auf 2 wir rotieren auf 1 2 so einer geht man die mitte auf 2 bitte alle nico naja ich pass auf wenn ich an ihr ja leute push einfach nicht bleibt einfach ob wir schon sekt ja ich sei der ja noch einer ja das haben wir aber der swan schock ist es bitte ich habe ich bekommt dafür mal jetzt beenden push push in die mitte alle direkt rein wenn ihr an der treppe steht springt alle einmal weil dann bekommen die euch gar nicht 22 21 einer mitte ja alles gut wie immer das hoch schönes ding nico was machen jetzt die alle oben ein bewerten die müssen planten spielt einfach auf zeit die sind beide oben alter nico nicht da rein eins gegen eins gegen den schwitzer aber ich habe so veräumt ist uns ronnie aufgefallen das ist ja gut doch der kommt da war er ernsthaft oder egal gab mir einfach der muss blenden sieben sekunden jetzt mit seiner eigenen dinges geholt habe ich nicht ich habe nicht drauf geschossen nein habe ich auch nicht ich habe den smoke geworfen okay wir gehen jetzt auf 1 einer bitte mitzugucken der holger ja finde ich gut er hat mich safe gehabt bis an den kindern gescheitern auf 1 ist keiner bei dem media die kommen mit wieder hier kommt kommt man mit der bombe her leider ja ich bin dann weg okay gute nacht nico schlaft auch schön schön abend noch ja ja ja